3-Bohnen-Salat, ein leckerer Salat aus frischen Prinzessbohnen, Sojabohnen und roten Kidney-Bohnen mit Schnittlauch-Tomaten-Dressing. Nährwertangaben Kalorien 276 Zucker, 7 Gramm Eiweiß, 18 Gramm Fett, 15 Gramm Kohlehydrate, 18 Gramm gesättigte Fettsäuren, 4 Gramm E, 15 Minuten, 10 Minuten, 6 Portionen Zutaten, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Zitronensaft, 1 Esslöffel Tomate, 1 Esslöffel heller Malzessig, 1 Esslöffel gehackter Schnittlauch, 175 Gramm Prinzessbohnen, 400 Gramm Sojabohnen, aus der Dose abgespült und abgetropft, 400 Gramm rote Kidney-Bohnen aus der Dose, abgespült und abgetropft, 2 kleingeschnittene Tomaten, 4 gehackte Frühlingszwiebeln, 125 Gramm gewürfelter Fettakäse, Salz und Pfeffer gemischte grüne Salatblätter zum Servieren, Schnittlauchröhrchen zum Garnieren, Olivenöl, Zitronensaft, Tomatenmark, hellen Malzessig und Schnittlauchröhrchen, in eine große Schüssel geben und verrühren bis alles gut vermischt ist, zur Seite stellen, Prinzessbohnen in kochendem, leicht gesalzenen Wasser, 4 bis 5 Minuten kochen, bis sie beinahe gar sind, Abgießen unter kaltem, fließendem Wasser abschrecken und nochmals abtropfen lassen, mit Küchenkrepp trockentupfen, Prinzessbohnen, Sojabohnen und rote Kidney-Bohnen, in das Dressing geben und gut verrühren, Tomaten, Frühlingszwiebeln und Wetter in die Bohnenmischung geben und vorsichtig wenden, um das Dressing unterzumischen, gut mit Salz und Pfeffer abschmecken, Gemischte Salatblätter auf 6 Serviatellern anrichten, Bohnensalat auf die Teller geben und mit kleinen Schnittlauchröhrchen garnieren,